Pflegekräfte bringen Menschlichkeit in den klinischen Alltag. Toll, dass es euch gibt. Für ihre Arbeit, für ihre Einsätze. Also ganz toll machen sie das Ding. Ja, also für diese aufopfernde Arbeit, die die Pflegekräfte leisten, möchte ich mich bedanken. Für ihre ständige Bereitschaft, für ihre Fachkompetenz, für das Engagement, für die Zuversicht, aber auch deren permanente Motivation. Ich habe auf jeden Fall einen richtig, richtig großen Respekt davor, was Pflegekräfte machen und ich finde, die Arbeit ist zu wenig gewährleistet, schätze ich. Gerne. Deswegen würde ich mich schon bedanken bei den ganzen Pflegekräften überall auf der Welt. Ich möchte alle, die mit Pflege etwas zu machen oder verbunden sind, herzlich dafür bedanken. Ich finde, die Pflegekräfte leisten sehr gute Arbeit und man muss es auch mal sagen, vielen herzlichen Dank.